Henry, du bleibst! Wir haben darauf gewartet, wir haben drauf gewartet, wir haben doch gedacht, wir hätten vorne die Tron gemacht. Und ich naturale bin OlhaUS Nur für deswegen, aber bei euch Und ich muss nicht nachdenken. Ich verstehe mir viele Mitarbeiter wurde Oder wie du was ? Wer die Arbeit verletzt wird, ich habe keine Ahler und ich bin nicht getroffen, ich habe doch nachdenkt, wer die Bahn abgelehnt? Vielen Dank, dass ihr alle zu uns seid. Und wir wollen natürlich als erstes dem Unparteiischen danken. Das war, glaube ich, weitestgehend eine gute Leistung. Von daher Lennart Braun. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, haben wir ein spannendes und dann über weite Strecken auch sehr umkämpftes Spiel gesehen. Von daher gilt es, beiden Mannschaften einmal Respekt zu zollen für diese sportliche Leistung. Das war ein sehr gutes Niveau. Und dann gibt es immer den ersten Sieger und den zweiten Sieger. Ihr habt aufofferungsvoll gekämpft. Das war schön mit anzusehen, wie leidenschaftlich diese Sportart betrieben werden kann in dem Alter. Von daher herzlichen Glückwunsch an den zweiten Sieger, Peaslo Wismar. Applaus Für die Jungs von Peaslo Wismar. Bau Fischer Cups 2022, 2023. Herzlichen Glückwunsch dem Kreispokalsieger, FC Anke Wismar. Applaus Für die Jungs von Peaslo 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 Wismar. Für die Jungs von Peaslo Wismar. Das ist ein gel Jupiter. Yay UNDEMNE Werbeicker Derrang Was ist das? Vielen Dank. Was ist das? Wollen wir mal aufhören? Wo sollen wir? Hier gleich so? Jürgen, wer das auf Facebook oder der ist die Leute da reinstecken? Nein, nein, das ist es gut. Ich muss ja heutzutage noch fragen. Ja, ja, ja. Alles gut. Ja, ja, ich bin offiziell. Mach mal. Kau dich. Geht nicht oder was? Los! 1,2,3 Yeah!